Moin Moin und hallo zu den wohl schwungvollsten 15 Minuten auf MTV. Der Name ist Game One und das ist Programm. Wir haben neue Stühle, aber auch neue Spiele. Und da hätten wir Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Außerdem retten wir die Welt in Mini-Ninjas vor bösen Mini-Samurai. Aber zuerst gibt es schmutzige Baller-Action mit Wet. Wet ist eines dieser Spiele, die sich wunderbar auf nur zwei Merkmale herunterbrechen lassen. In diesem Fall bedeutet das Grindhouse tritt Stranglehold, beziehungsweise stylische Action trifft schmutzig-schmierigen Grafikstil. Ob das am Ende zusammen mehr Spaß macht als beides alleine? Ja. Nein. Das sehen wir jetzt. Milch. Voll Milch. So lange es noch welche gibt. Keine Angst. Welch gibt es nimmer. Aber diese Bar nicht. Ja, sie ist unterwegs. Ja. Ruby. Ja, ist Ruby. Ruby Malone ist die Hauptfigur in dem Action-Schnetzel-Klopper Wet. Hauptberuflich ist sie Problemlöserin. Das heißt, wenn es Ärger gibt, schnappt sie sich ihre Knarren und ihr Schwert und räumt in der Unterwelt mal so richtig auf. Mit vollem Körpereinsatz und ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn euch solche Szenen jetzt bekannt vorkommen, offenbar haben die Entwickler von A2M sehr genau die Genre-Konkurrenz studiert. Denn etwas Ähnliches kennen Action-Fans bereits aus Titeln wie The Matrix, Path of Neo, Max Payne 2 und Stranglehold. Und die sind ja auch nicht gerade für intelligentes Gameplay bekannt. Du meinst, sie denkt nicht nach, löst keine Rätsel, muss sich nirgendwo einschleichen? Sie ballert einfach alles nieder, was sich in den Weg stellt. Verdammt richtig, Mann. Und egal, was sie macht, macht es immer mit Stil. Ja, Stil ist eines der ganz großen Themen in Wet. Ruby schießt, springt, gleitet und metzelt wie eine tödliche Ballerina und hinterlässt wahre Berge an Pixelopfern. Am liebsten ballert sie dabei beidhändig. Während sie mit einer Hand automatisch den nächsten Gegner anvisiert, könnt ihr mit dem anderen Cursor ganz bequem alle übrigen Lumpen unter Beschuss nehmen. So treibt ihr euren Punkte-Multiplikator in die Höhe und powert Ruby immer weiter auf. Klingt anfangs ja noch ganz nett, aber schnell zeigt sich eines der großen Probleme von Wet. Noch eine Milch? Ja. Alter, hast du noch ein paar Nusschen für mich? Sorry, ohne Slow-Mo bring ich es einfach nicht mehr. Tja, leider kriegt die gute Ruby ohne Zeitlupe gar nichts hin und schießt immer daneben, sodass sich die Tonereien schnell abnutzen, wie so vieles in Wet. Die spielerische Innovationsarmut überdecken die Designer mit dem herrlich-trashing Grindhouse-Charme. Grindhouses waren spezielle Kinos in den USA, die vor allem in den 70ern ausschließlich billigste B-Movies gezeigt haben. Spätestens seit dem gleichnamigen Filmprojekt von Tarantino und Rodriguez dürfte das Konzept auch hierzulande bekannt sein. Grisselfilter, eine bekloppte Story und völlig überzogene Action-Einlagen. Das klingt, als wäre Ruby mehr Schein als sein. Quatsch, Mann. Das ist einfach hier Stil. Verstehst du? Hier so wie die Bar, so dunkel, düster. Diese ganzen scheiß Störeffekte, die du hier siehst. Weißt du, das ist doch cool. So cool? Ja, okay. Das ist vielleicht doch nicht so cool. Selbst der Rage-Modus, in dem Ruby wortwörtlich rot sieht und mal so richtig abgeht, wiederholt sich regelmäßig und langweilt schnell. So besteht Wett von vorne bis hinten aus den immer gleichen Elementen, die sich in immer gleicher Reihenfolge abwechseln. Springen, schießen, Spawn-Türen schließen, nächstes Level. Heutzutage reicht das einfach nicht mehr. Sorry, Ruby. Aber Tarantino hätte das sicherlich viel, viel, viel geiler inszeniert. Da leihen wir uns lieber einen schönen Trash-Film aus der Videothek aus. Ein Next alleine macht noch keine Zukunft. Ab. Auf der Tokyo Game Show gab Microsoft bekannt, dass sich derzeit zwölf Hersteller mit Microsofts Projekt Natal beschäftigen, darunter Metal Gear Solid Schöpfer Hideo Kojima. Eine erste Version von Katamari mit Bewegungssteuerung war sogar bereits spielbar. Was aussieht wie ein ganz normaler 8-Bit-Shooter ist in Wirklichkeit ein böseartiges Kunstprojekt über Gewalt und Vergänglichkeit. Jedes Mal, wenn man nämlich bei Lose Lose einen Gegner eliminiert, löscht das Spiel wahllos eine Datei vom Rechner. Autsch. Willkommen bei der wahnsinnigen Welt des Sports. Über dieses Spiel würden wir normalerweise nicht berichten. Ein albernes Sportspiel, in dem man Oktopusse wirft, mit Sesseln durch die Gegend fährt und wettbügelt. Tja, wenn uns nicht ein Video zugespielt worden wäre, in dem eindeutig zu erkennen ist, dass Sega extra dafür fiese Experimente an Tieren durchführt. Wir haben für euch das neue MMORPG Ion angespielt. Unser Ersteindruck, sauschön, aber nicht wirklich revolutionär. Richtig geil wird's erst, wenn man nach ein paar Leveln seine Flügel bekommt und durch die Gegend flattern kann. Leider gibt es im Moment noch recht lange Serverwartezeiten, die nerven. Aber sobald diese Probleme geregelt sind, ist Ion auf jeden Fall einen Blick wert. Zum zweiten Mal hintereinander haben wir Ninjas in der Sendung. Dieses Mal sind es aber keine normalen, sondern Mini-Ninjas. Ob es die Mini-Ninjas diesbezüglich mit diesen komischen kleinen doofen Hasen aufnehmen können, prüfen wir jetzt. Der dänische Entwickler IO Interactive ist bekannt für seine brutale Hitman-Serie und für den Schizophrenen-Shooter Can and Lunch. Logisch, dass ihr nächstes Spiel ein Kinderspiel ist. Mini-Ninjas. Ein Spiel über Ninjas. Aber nicht so böse Ninjas wie letzte Woche. Nee, nee, nee. Sondern süße, knuddelige Mini-Ninjas. Oh-oh. Die Story setzt sich aus liebevoll geklauten Kung-Fu-Klischees zusammen. Euer Ninja bekämpft den sogenannten Evil-Samurai-Warlord, der standesgemäß alles und jeden unterjochen will. Dabei helfen euch diverse Ninja-Kumpels. Und für alle, die bei Mini-Ninjas sofort an Heinzelmännchen und Gartenzwerge denken, erklären wir jetzt mal, warum Ninjas im Haushalt nicht zu gebrauchen sind. Im Kampf ist es super sinnvoll, wenn man Dinge kaputt kloppen kann. Im Schlafzimmer ist das dagegen kontraproduktiv. Anspringen und anschleichen, toll im Kampf. Beim Müll rausbringen ist es überflüssig. Da wundern sich nur die Nachbarn. Ninjas verstecken sich total gerne. Aber als Einrichtungsgegenstände taugen sie leider nichts. Jetzt mal ernsthaft. Ihr rennt mit euren Ninjas, die ihr eine nach dem anderen aus den Klauen des Bösen befreit habt, herum, um die schöne, bunte Welt zu retten. Jeder euer Ninjas hat dafür andere Fähigkeiten. Vom Bogenschießen, Flöten spielen, Verstecken, Tiergestalt annehmen bis zum brachialen Kloppen ist alles dabei. In bester Hitman-Manier lassen sich Situationen auf unterschiedlichste Weise lösen. Aber meistens ist es überhaupt gar nicht nötig, denn das Spiel ist einfach viel zu einfach. Das ist schade, denn eigentlich machen die Ninja-Kämpfe Spaß. Und besser im Spiel als auf dem heimischen Dachboden. Du Haul-Ochse! Oh no! Oh no! Die vielen schönen kleinen Ideen des Spiels haben es uns echt angetan. Endbosse, die uns mit giftigen Furzgas-Attacken fertig machen wollen, das ist genau unser Humor. Auch wenn wir langsam keine Cuties mehr sehen können. Insgesamt wirkt es aber leider so, als habe Ayo Angst vor der eigenen Courage bekommen. Das eigentliche Konzept des Spiels wird nicht ordentlich durchgezogen und deshalb bleibt Mini-Ninjas trotz vieler schöner liebevoller Ansätze auch nur ein Kinderspiel. Aber kein schlechtes. Warum es keinen Koop-Modus gibt, der sich hier echt anbieten würde, verstehen wir allerdings nicht. Wir vermuten übrigens, dass die Ideen Mini-Ninjas gemacht haben, weil die Japaner Mini-Wikinger gemacht haben. Wir hoffen nun noch auf Mini-Cane, Mini-Lynch und Mini-Agent 47. Musik! Den Spielen, das ist wichtig, aber manche Spiele übertreiben es dann auch mal ein wenig. Cheese is a kind of meat, a tasty yellow beef. Mehr Musik als Spiel gibt es jetzt in unserer Top 5 der besten Spielmusik-Videos. Da soll einem einer sagen, auf MPW läuft keine Mucke mehr. Der Trend geht wieder zum Musikvideo, in Videospielen jedenfalls. Da gibt es inzwischen so viele, da wird es Zeit für unsere Top 5. Auf Platz 5 ein echtes Scheißlied. Auf Platz 5 ein echtes Scheißlied. Platz 4 wird von der Lieblingsband aller Rollenspieler belegt, Blind Guardian mit ihrem Auftritt in Sacred 2. Platz 3 für Burn the Rope, ein Spiel, dessen Musikvideo länger ist als das Spiel selbst. Auf Platz 2, GLaDOS, The Voice. Jedes Mal müssen wir weinen, wenn wir das Lied hören. Aber auf der 1, verdient und ungeschlagen, Zombies und Pflanzen. Die Mario- und Luigi-RPG-Serie ist ein Garant für geniales Gameplay, gute Gags und einen zumindest für Nintendo-Verhältnisse ungewohnt ironischen Umgang mit den seltsamen Gesetzen der Mario-Welt. Deswegen verwundert es auch überhaupt nicht, dass Bösewicht Bowser höchstpersönlich für den Inhalt des neuen Teils verantwortlich ist. Und was genau mit Inhalt gemeint ist, das erklären wir euch jetzt. Viel Spaß. Es war einmal das Pilzkönigreich. Alle pilzköpfigen und schnurrbärtigen Einwohner lebten glücklich und zufrieden, bis der fiese Bösewicht Bowser von einem noch fieseren Bösewicht namens Krankfried übers Ohr gehauen wurde. Dieser machte aus Bowser einen gigantischen Superstaubsauger, der das halbe Königreich einsaugte, darunter auch Prinzessin Peach, Mario und Luigi. Und so beginnt das Abenteuer Bowser. Mario und Luigi Abenteuer Bowser ist der dritte Teil von Nintendos Rollenspielserie, die 2003 mit Superstar Saga auf dem GBA begann und 2006 mit Zusammen durch die Zeit fortgesetzt wurde. Neu sind diesmal die Spielpassagen mit Bowser, den ihr auf dem oberen Bildschirm des DS durchs Pilzkönigreich trampeln lasst. In regelmäßigen Abständen wechselt das Geschehen auf den unteren Bildschirm, wo ihr mit Mario und Luigi durch Bowsers Eingeweide turnt. Zwar wollen die beiden Brüder eigentlich nur die Prinzessin retten, doch manchmal müssen sie auch Bowsers Körperfunktionen von innen steuern. Zum Beispiel seine Armmuskeln. Leiden Sie manchmal unter Verspannungen, Gliederschmerzen oder Kraftlosigkeit? Nehmen Sie zwei Mario und Luigi Cups hin täglich. Der hochdosierte Wirkstoffkomplex aus Latzosensäure und Vorschlagkammermolekülen stimuliert das Muskelgewebe und sorgt in Sekundenschnelle für mehr Power. Mario und Luigi, damit sie wieder schweren Scheiß heben können. Wie schon die beiden Vorgänger fordert auch Abenteuer Bowser viel Geschick und gute Reaktion vom Spieler. In den rundenbasierten Kämpfen könnt ihr durch rechtzeitiges Knöpfchen drücken extra hart zuschlagen und feindlichen Attacken ausweichen. Doch ganz rollenspieltypisch werden die Fähigkeiten eurer Helden auch durch ihre Charakterwerte und ihre Ausrüstung bestimmt. Erwartet jedoch nicht, dass ihr für Erfahrungspunkte neue Fähigkeiten kaufen könnt. Wann ihr welchen Move lernt, ist durch die Story vorgegeben. So lernt Bowser seinen Feueratem erst dann, wenn Mario und Luigi seine Feuerröhre bereinigt haben. Na, Probleme beim Feuerspeinen? Ja, ich hab da so einen Kratzen in der Feuerröhre. Kenn ich. Weißt du, was mir geholfen hat? Mario und Luigi Kapseln. Mario und Luigi Kapseln? Ja, Mario und Luigi Kapseln. Die enthalten ätherische Italiener, die Ablagerungen auf der Feuerröhre schnell und wirksam wegkloppen. Schon kurz nach der Einnahme ist ihr Feueratem wieder da. Der Stylus kommt überraschend selten zum Einsatz. Doch dafür sind die wenigen Touchpassagen sehr unterhaltsam und spielerisch sinnvoll ins Spiel eingebunden. Wie in der Szene, in der Bowser eine Riesenmöhre verdrücken muss. Mein Name ist Prof. Dr. Stuhl. Sicher kennen Sie das. In der Mittagspause mal schnell eine Tonne Möhren verdrücken. Die Folge? Trägheit, Verdauungsprobleme, Verstopfung. Nehmen Sie deshalb zu jeder Ladung Möhren zwei Kapseln Mario und Luigi. Die probiotischen Klempner-Kulturen unterstützen durch gezielte Aktivierung von Digestivenzymen die Verdauung und schaffen so Platz im Magen. Mario & Luigi Abenteuer Bowser ist bis oben hin voll mit witzigen Gags, charmanten Figuren und unglaublich kreativen Spielideen. Erbsenzähler könnten bemängeln, dass es etwas zu textlastig ist. Doch abgesehen davon ist das Ding eine echte Spaßbombe. Wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss, aber weiter geht's auf game1.de. Da gibt es noch viel, viel mehr. Doch diese Sendung, die ist jetzt leer. Das ist schön. Wiederschauen. Reingehauen. Ich bin selbst ausgedacht. Das ist so gut. Ahahahahaha!